Musik Na wer hätte das gedacht von den eisigen Temperaturen der vergangenen Tage. Keine Spur mehr. Stattdessen fast frühlingshafte Werte und Sonnenschein. Musik Zweistellige Werte zeigt das Thermometer am Dienstag an. Bei bis zu 12 Grad und überwiegend Sonnenschein scheint auf einen ziemlich kurzen, aber kalten Winter direkt der Frühling zu kommen. Nachts gibt es 6 bis 7 Grad. Auch zur Wochenmitte gibt es frühlingshafte Werte von 13 Grad. Donnerstag und Freitag nehmen die Temperaturen wieder etwas ab. Am Freitag sind es nur noch 8 Grad. Am Donnerstag ist leichter Regen zu erwarten, die übrigen Tage dürfte es aber trocken bleiben. Der Blutdruck wird vom Wetter nicht negativ beeindruckt. Er sollte weder zu hoch noch zu tief sein. Die ansteigenden Temperaturen wirken Muskelkrämpfen entgegen und auch eine erholsame Nacht sollte nichts im Wege stehen.